Die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1999 war die dritte Ausspielung des bedeutendsten Turniers für Frauenfußball-Nationalmannschaften und wurde vom 19. Juni bis zum 10. Juli 1999 in den USA ausgetragen. Die US-Damen gewannen ihren zweiten WM-Titel vor heimischem Publikum. Beste TorjägerInnen waren die Brasilianerin Sissi und die Chinesin Sun Wien, die auch zur besten Spielerin des Turniers gewählt wurde. Die Viertelfinalteilnehmer qualifizierten sich zusätzlich für die Olympischen Spiele 2000. Da Australien als Gastgeber der Olympischen Spiele allerdings bereits in der Vorrunde scheiterte, qualifizierte sich Russland. Als schlechteste Mannschaft des Viertelfinals nicht für die Olympischen Spiele. Erstmals wurden nur Frauen als Schiedsrichter eingesetzt. Spielorte Die Spiele der Weltmeisterschaft 1999 wurde in acht Stadien in acht verschiedenen Städten in den USA ausgetragen. Modus Das Teilnehmerfeld erhöhte sich im Vergleich zu den beiden vorhergegangenen Weltmeisterschaften um vier auf 16 Mannschaften. Der Modus änderte sich dennoch nur geringfügig. Es gab erstmals vier Gruppen zu je vier Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich fürs Viertelfinale. Ab dem Viertelfinale wurde der Weltmeister im K.O. System ausgespielt. Stand nach der regulären Spielzeit kein Siegerfest, wurde eine zweimal 15-minütige Verlängerung gespielt. In der Verlängerung galt die Regel des Golden Goals. Wer also das erste Tor der Verlängerung erzielte, hatte das Spiel gewonnen. Viel während der Verlängerung kein Tor, gab es ein Elfmeterschießen. Qualifikation Teilnehmer Für Ghana, Mexiko, Nordkorea und Russland war es die erste WM-Teilnahme. Folgende Frauenmannschaften nahmen an der dritten Frauenfußball-WM teil. Kader Vorrunde Gruppe A Die GastgeberInnen setzten sich wie erwartet souverän in der Vorrunde durch. Enttäuschend war das Abschneiden der Däninnen, die bei den beiden vorangegangenen Weltmeisterschaften jeweils ins Viertelfinale kamen. Bei der WM 1999 schieden sie ohne Punktgewinn aus. Nigeria konnte sich bei der dritten Teilnahme erstmals für das Viertelfinale qualifizieren. Die Nordkoreanerinnen schieden bei ihrer WM-Premiere nach der Vorrunde aus. Gruppe B Die deutsche Mannschaft tat sich zu Beginn der Weltmeisterschaft schwer. Einem glücklichen Unentschieden gegen Italien folgte zwar ein 6 zu 0 Kantersieg gegen Mexiko. Doch im abschließenden Gruppenspiel gegen Brasilien kam man erneut nicht über ein Unentschieden hinaus und man belegte nur Platz 2 in der Tabelle. Brasilien schaffte es bei der dritten Teilnahme, zum ersten Mal, die Vorrunde zu überstehen. Mexiko und Italien schieden in der Vorrunde aus. Gruppe C Die Norwegen wurde in Gruppe C ohne größere Probleme Gruppenester. Die Russinnen konnten sich etwas überraschend bei ihrer WM-Premiere vor Japan platzieren. Für Kanada war ebenso wie für Japan nach der Vorrunde Schluss. Gruppe D China und Schweden setzten sich erwartungsgemäß in Gruppe D durch. Für Australien und Ghana blieben nur die Plätze 3 und 4. Finalrunde Viertelfinale China setzte sich problemlos gegen Russland durch. Die Rassinen verpassten durch die 0 zu 2 Niederlage die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2000 in Sydney. Norwegen schlug Schweden dank einer guten zweiten Halbzeit mit 3 zu 1. Die Schwedinnen erzielten ihr Tor erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit und konnten sich somit in letzter Sekunde für die Olympischen Spiele qualifizieren. Die deutsche Mannschaft schied unglücklich gegen die USA aus. Trotz zweimaliger Führung verlor man am Ende mit 2 zu 3. Die einzige deutsche Torschützin war Bettina Wigmann. Zur 1 zu 0 Führung für Deutschland traf die US-Amerikanerin Brandy Cheston, die auch das 2 zu 2 erzielte. Eine torreiche Partie erlebten die Zuschauer beim Spiel Brasilien gegen Nigeria. Eine 3 zu 0 Halbzeitführung reichte den SüdamerikanerInnen nicht, das Spiel in der regulären Spielzeit zu gewinnen. Binnen 22 Minuten egalisierten die Frauen aus Westafrika den Rückstand. In der Verlängerung erzielte Sissi das Golden Goal für Brasilien. Halbfinale vor 73.000 Zuschauern setzte sich der Gastgeber gegen die Überraschungsmannschaft des Turniers routiniert mit 2 zu 0 durch. Michel Akkas sorgte in der 80. Minute für den Entstand per Strafstoß. China war Norwegen im zweiten Halbfinale in allen Belangen klar überlegen. Am Ende gab es eine deutliche 0 zu 5 Niederlage für die Damen aus Skandinavien. SUN Wien erzielte die Tore zum 1 zu 0 und 5 zu 0. Spiel um Platz 3 Die BrasilianerInnen konnten sich im kleinen Finale zumindest Platz 3 sichern. Zum ersten Mal endete ein Spiel bei einer Frauen-WM nach 90 Minuten 0 zu 0. Aufgrund des anschließenden Finals wurde keine Verlängerung gespielt. Vor der Rekordkulisse von 90.185 Zuschauern wurde das dritte WM-Finale im Rose Bowl ausgetragen. Die US-Damen gewannen ihren zweiten Titel durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen China. Es war das erste Mal bei einer Frauen-WM, dass das Finale durch ein Elfmeterschießen entschieden werden musste. Außerdem gewann zum ersten Mal die Mannschaft aus dem Land des Gastgebers das Turnier. Die US-Mannschaft wurde als erstes Fußballteam der USA als Sportsman of the Year in den USA gewählt. Beste Torschützen Siehe auch Auszeichnungen Den goldenen Ball als beste Spielerin des Turniers erhielt die Chinesin Sun Wien. Der silberne Ball ging an die Brasilianerin Sissi und der bronzene Ball an die US-Amerikanerin Michelle Akas. Den goldenen Schuh als erfolgreichste Torschützin erhielt die Brasilianerin Sissi für ihre sieben Turniertore. Der silberne Schuh ging an die Chinesin Sun Wien ebenfalls sieben Tore. Darunter ein Elfmeter und der bronzene Schuh an die Norwegerin an Christine Owens. Der FIFA Fairplay-Preis für die vierste Mannschaft des Turniers ging an China.